Um das Wort Strategie geistern viele Irrtümer. Es wird häufig angenommen, dass Strategie etwas ist, was man luxuriös sich gönnt, was man aber nicht so richtig braucht. Und gerade in Familienunternehmen ist es häufig so, dass die Strategie, die Wachstumsstrategie in den Köpfen der Eigentümer ist. In mittelständischen Unternehmen ist es häufig so, dass eine Strategie einfach angenommen wird, dass in der Unternehmensführung tatsächlich auch strategische Gedanken da sind, nur es kennt sie niemand. Eine Wachstumsstrategie muss immer aus dem Marktsegment-Sicht heraus entwickelt werden. Es muss also darüber gesprochen werden, wer ist eigentlich unser Kunde, wer ist unser idealer Kunde, welche echten Bedürfnisse hat der Kunde und welches Angebot stellen wir dagegen. Und wenn das nur in Köpfen existiert und nicht aufgeschrieben und mit der mindestens zweiten Führungsebene idealerweise mit möglichst vielen Mitarbeitern geteilt ist, wenn nicht die Implikationen auf die einzelnen Funktionsbereiche auch klar sind, dann gerät Strategie sehr schnell zum Zufall. Und das ist schade, weil vermeidbar. Ein gern genommener Begriff, der aber durch seine Verwendung nicht richtiger wird, ist der Begriff der strategischen Planung. Strategie und Planung sind zwei Paar Schuhe. Deswegen haben in einer Strategie auch zuallererst Zahlen wenig verloren. Natürlich wird man sich über Mengengerüste und über Umsätze und über Erträge unterhalten, aber Strategie und Planung sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die Planung kann erst stattfinden, wenn die Strategie erarbeitet ist. Und daher plädieren wir dafür, dass Strategie über Inhalte kommt, über Absichten, über Wege und über Aktivitäten sich definiert und erst dann die wirtschaftlichen Implikationen besprochen werden.